Was ist das für'n Geräusch? Hört ihr das auch? Da ist so ein merkwürdiges Quietschen! Oh Gott, nein! Ruhe, sag mal still! Mom, nicht bewegen! Ich versuch' ihm eine Falle zu stellen. Rusty! Wir sind hier, Dad. Ah, da bist du. Hol' den Hammer. Ich geh' mit ihm rein. Nora! Eichel-Köller! Du marschierst jetzt sofort da rüber und haust dem Mistkerl 1 auf die Glocke. Ich kann doch nicht einfach jemanden angreifen. Na gut, wenn du nicht genug Courage hast, dem Quatsch ein Ende zu bereiten, dann schuhe ich es eben. Ja! 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 Weg! Mein Gott! Was ist denn mit dir passiert? Oh Gott! Was ist denn mit dir passiert?